Ernst, zu euch alle. Mit Kürtübo kann man sich nicht anlegen, eins. Mit Kürtübo kann man seine Familie klein machen, kann man nicht. Ich meine das ernst. Zweitens, niemand in diesem Leben kann uns auf Flasche sitzen lassen. Niemand. Und so einen Körper kann überhaupt nicht. Er hat gerade versucht, zwischen uns und ihrer Familie eine Fita zu machen, wegen ein paar Euro. Und sage ich nur eins. Er hat gerade die Polizei angerufen. Die Polizei war bei denen und die sind bei mir gekommen. Er meinte, ich habe keinen Schutz. Der Kürtübo bedroht mich, gerade in live. Ich dachte, du bist Mann. Du hast von niemandem Angst. Du bist stabil. Machst du einen auf andere, dann rede nicht. Wenn du das nicht bist und nicht kannst, warum machst du hier in live eine ein auf andere? Mein Hack ist bei dir. Was du machst, ist keine Menschheit. Deine Familie sind Ehrenmänner. Deine Familie sind richtig Ehrenmänner. Ich kenne die alle. Aber du bist ein Schande für die Familie. Dass du wegen ein paar Euro, ein paar Klicks reingehst, um an uns fremden zu kommen. Was hast du davon jetzt? Mein Cousin ist gerade... Wie heißt das nochmal? Diese SLK oder diese Dings sind dahin gegangen. LKA. LKA sind dahin gegangen. Wir haben gerade mit ihm gesprochen. Sag mal ehrlich, passt dir das? Diese Situation zu bringen. Ja, nee, das ist nicht richtig. Ja, ja, passt dir.